Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play zu Bloodbuff Bay. Mir hat der hier, der gewisse Freund, Suits and Nukes. Der macht sehr gute Spiele wie zum Beispiel Astro Crip, was ich mal aufgenommen habe. Und andere, wie Teil 1, Teil 2 oder halt Teil 2 ist Astro Crip Invasion. Und er hat mir dann auch noch vorgeschlagen, dass ich ein Let's Play drüber machen könnte. Das mache ich auch mal. Und meinen Kommentar abzugeben, wie es ist und so. Es ist ein Spiel wie unter Wasser. Du bist so ein Tauhauer und Monsterfische, die die fressen können. Aber wir werden wahrscheinlich auch mehr im Spiele fahren. Und halt, ihr könnt auf der Gameschuld-Seite gucken und dann einfach eingehen, Bloodbuff Bay. Oder ihr guckt in den Beschreibungen zwischen den Linken oder es ist auch eingelinkt und ihr könnt einfach drauf gehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns im Game. So, und da sind wir auch wieder. Wir sind im Game von Suits Nukes with Unity. Warum? Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Es ist noch eine Demo, deswegen, äh, Elbertautschung. Ich kenne immer das gewisse Spiel, nur in 2D. Da oben ist eine Karte, irgendwie weiß. Ich kenne immer das Worte. Oh mein Gott, dieses Rundbeschwerden. Wir brauchen 30 von denen, DREISSIG! Jetzt müssen wir wieder selbst hier holen oder was. Es sieht gut aus! Es sieht gut aus! Es ist wirklich gut aus! Für die Mann, die es macht es! Es ist wirklich sehr atmosphärisch, because I'm not I'm water means so simple you can't complain about yeah Ah Was That was fucking close I have a question. Why is every Why are they holes? Also, ich hab jetzt gefragt für ihn Warum hier überall Löcher sind Oh, what the fuck is that? Oh, it's mine I have no visibility, but you might come across from whatsoever female If you do, they can be set as checkpoints Seeing as so many lives lost, Vocal started calling air in Blackbath Bay And the name just stuck As checkpoints I don't know where to go here Hmm, to go here somewhere I see Someone here Oh no, I just need to go there Another snail Two more snails Sea snails I think the left one is a bit more close Was war das? What was that? No, I don't want to go there Are they marked? Jesus Christ Oof My God Oof Medi A A A A A A um fuck I escaped by fucking jumping I Can oh yeah, I can sprint So he was about right so I found another snare son Was ist das hier? Die Enemies sind auch auf dem Weg. Und ich hoffe, die Snail fällt. Oh fuck! WHAAAT?! Funny. You little fucking bugger. I fucking jumped out my fucking pants. Not fucking again. You asshole. You sum of the bitch. How many are there from here? Didn't I find another one? So, it's glowing on the map a bit. Yellow. They are really hard to see, you know. Why you can't sprint in the water? No, I don't want to go in there. Is there a map? Is there a map? So, if you can... Some... Like, you press M and the map goes bare. Oh, there's another one. Oh! What? Oh! I jumped back here. Okay. Okay. Okay, that's... No, 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 no. What was that? I... Oh, I'm getting paranoia now, or what? There's another snail somewhere. Up there. No, I don't want to be in the fucking grass. So, somewhere up there. So, we need to get a pill. Oh! Uh... Hello? Help? Okay, it's Hessebox. Ah! I don't know if I hit him. I want my revenge, you shitty. Oh, another checkpoint here. Oh, I was thinking this is a fucking enemy. No! No, 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 no. Please, don't fall. Oh. Jesus Christ. What's that? What? Ah-ha! Ah! 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 No, it's not working Come on How you should get up there What's that It's not fucking possible No Jesus Christ God fucking damn it You fucking kidding me Oh, I know I know I know Okay, it's this way Oh, my six Jesus Christ Awesome game, but... Oh, Jesus Asshole I kill everyone here I hate grass now So, let's go No, not fucking again You need to change that a bit I know he's a fucking monster Don't call me dumb I was thinking There's one But it wasn't No, I'm begging I'm begging public masses Please I'm way too proud to get down on my knees But I'm begging I'm coming on a level Fuck Illuminati That's words to the devil Cause I know not about that I just wanna love I just wanna grow I just wanna learn The past and it burns I write this music I'm so late You get like Every time I fucking jump scare you I can't kill the fucking music So, what's going on? oh jesus no i saw it oh piece of cunt you shitty mother fucker stop being such a dick now jesus christ that was fucking close why are you doing that to me what did i do wrong no you don't don't say me to go down there again don't fucking say it it's fucking waiting for me there that fucking is oh i fucking knew it can it eat me i don't know i'm fucking near it i don't see anything if i just had one bullet you know i could wreck you no go away i'm not tasty if you you wanna jesus christ get away aha i found something yep i found something here i'm getting more closer to the reality of course why is that such a monster world can you explain yeah hello Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann nicht ein Mission complete, aber es ist okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu das hier? Oh Gott, nein! Get away! Und bis zum nächsten Mal und tschau tschau! Nicht liken vergessen, uns zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.